hallo und herzlich willkommen zur jetzt wahrscheinlich letzten folge mal gucken letzte folge 2.0 als letzte mal so eine frage aus gar keine eigeninteresse hast noch anspruch auf pulvodewa natürlich also darfst du immer noch nie einnehmen doch natürlich mein jetzt ist mir scheißigwein um als spart man macht nicht besitzen nennen den heißt ob die der die europäische nennen und der drücken mit 1.300 los was ist los wirst du nie wo du hast ich grüße euch und hoffe dass die Dichter noch lange von diesem Treffen heute berichten unverlässlich nein wir haben sich mit dem ganzen Gold machen ich schicke dir dann einfach den Rest wieder irgendwann nee du brauchst Söldner, ich grüße jede Runde Söldner AF ein Ärmert der Tore zu fahren eure Unfähigkeit eure Truppen zu erhalten hat zur Fahnenflucht geführt eure Armee stark geschwächt welche Armee, ich hab keine so kommst du? kommst du? warte mal ich mach das erst wenn ich dort bin in einer Runde hierher? nein wir haben noch Wind geschickt Simon, geschickt ich bin so dumm warum 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 kann ich jetzt hier keine Söldner anhören auf der Insel jetzt? ne dann machst du das nächste Runde ne aber es gibt dort viel weniger als grad eben egal ich tu jetzt hier sabotieren Umsturz Kapital ist erfolgreich Umsturz erfolgreich zu zu länger ich brauche desto tödlicher werde ich ach guck mal gibt sie mir freiwillig ist aber so nett wie gibt er dir die freiwillig? äh was? aber da ist eine neue ich erwarte eure ne okay noch zwei Runden überlebt mein General dann ist er glaube ich tot was passiert da? das weiß ich nicht, keine Ahnung, ich glaube ich kann da noch ein bisschen mit meinen Agenten rumspielen das ne ich werde mich jetzt nach Malbar vorarbeiten und die zurückeroberen die Stadt also also ich 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 mich scheiße jetzt also ich schreibe ich pulle noch eine Runde fort und ich scheiße dann noch pulverdeber das wird sich der Spartaner krallen mhm und ich geh dann halt einfach zu Dings ich versuche jetzt halt Odysseus raus äh zu bekommen irgendwie irgendwie mit irgendwas hoffe ich einfach ach du brauchst mich nicht jetzt kann ich Geld schenken was für genug ja blut und rum ich bin der wilde vagabund ich bin der wilde vagabund blut ich bin der wilde ich kriege ja jede Runde 1300 also wenn ich einfach jede Runde halt sabotage mache ne irgendwann sterben halt meine Agenten aber ist ja scheißegal ich bin der zerstörer blut und rum ja 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 niederlage 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 bist du strategie spielprofi mann alter ohne Witz ne ja das war's wunderschönen wunderschönen mal abonniert meinen kanal den ich nicht hab lasst einen dislike da wir sehen uns auf jeden fall wir sehen uns auf jeden fall wir sehen uns auf jeden fall in der nächsten season bis dahin wird ein bissl geübt ne tschüssi niederlage mit auf jeden fall mit wo ihr seid mit